Edith Stein, Ordensname Theresia Benedikt R. A. Kruse C.D. oder Theresia Benedikt R. vom Kreuz, war eine deutsche Philosophin und Frauenrechtlerin jüdischer Herkunft, die 1922 zur katholischen Kirche konvertierte und 1933 unbeschute Karmelitin wurde. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde sie als Jüdin und Christin zum Opfer des Holocaust. Sie wird in der katholischen Kirche als Heilige und Märtyrerin der Kirche verehrt. Teilen der evangelischen Kirche gilt sie als Glaubenszeugin. Papst Johannes Paul II. sprach Theresia Benedikt R. vom Kreuz am 1. Mai 1987 selig und am 11. Oktober 1998 heilig. Ihr römisch-katholischer und evangelischer Gedenktag ist der 9. August. Sie gilt als Brückenbauerin zwischen Christen und Juden. Leben, Kindheit, Ausbildung und philosophische Arbeiten Edith Stein wurde als jüngstes von elf Kindern in eine jüdisch-orthodoxe Familie geboren. Vier der Geschwister waren bereits vor Ediths Geburt verstorben. Ihr Vater, der Kaufmann Siegfried Stein, starb, als Edith etwa ein Jahr alt war. Die Frühverwitwirt der Mutter Auguste Stein, geborene Kurant, führte den Holzhandel weiter und ermöglichte allen Kindern eine solide Ausbildung. Nach neun Schuljahren verließ die begabte Schülerin 1906 vorzeitig das zehnjährige Lyzeum in Breslau und half fast ein Jahr lang ihrer Ältesten. Schwester Else Gordon in Hamburg. Die zwei Kinder hatte. Zu der religiösen Tradition ihres Elternhauses entwickelte die junge Edith Stein ein kritisches Verhältnis und verstand sich zeitweilig als Atheistin. Zurück in Breslau finanzierte die Mutter kurze Zeit Privatunterricht, sodass Edith 1908 nach einer Prüfung ohne die 10. Klasse absolviert zu haben, in die 11. Klasse des Gymnasiums aufgenommen wurde und dort 1911 ein sehr gutes Abitur ablegte. An der Universität Breslau begann sie anschließend ein Lehramtsstudium und belegte die Fächer Psychologie, Philosophie, Geschichte und Germanistik. Sie wollte schon damals, wie sie rückblickend schrieb, der Menschheit dienen. Später studierte sie an der Universität Göttingen und Freiburg im Breisgau, zuletzt wieder in Breslau. Nach ihrem Staatsexamen und der Doktorarbeit 1916 mit dem Thema zum Problem der Einfühlung war sie bis 1918 wissenschaftliche Assistentin ihres Dr. Vaters, des Philosophen Edmund Husserl in Freiburg. Obwohl mit Auszeichnung promoviert, wurde sie nicht zur Habilitation zugelassen. An der Universität Göttingen legte sie 1919 erfolglos die Habilitationsschrift Psychische Kausalität vor, in Breslau und Freiburg im Breisgau bewarb. Sie sich vergebens mit der philosophischen Abhandlung Potenz und Akt. Alle vier Versuche, zur Habilitation zugelassen zu werden, scheiterten an dem Faktum, dass sie eine Frau war. Edith Stein überarbeitete und beendete die Schrift in der NS-Zeit 1936 unter dem Titel Endliches und Ewiges Sein, sie konnte erst nach Kriegsende 1950 veröffentlicht werden. Die Schrift ist ein Grundriss der Ontologie. Edith Stein setzte sich darin mit dem Denken von Thomas von Aquin, Husserl und Heidegger auseinander. Den Wendepunkt im Leben Edith Steins bildete die Lektüre der Autobiografie der HL. Theresa von Avila, am 1. Januar 1922 wurde Edith Stein in Bad Bergzabern durch die Taufe in die römisch-katholische Kirche aufgenommen. Ostern 1923 siedelte Edith Stein in die Pfalz über, wo sie durch Vermittlung ihres geistlichen Begleiters Josef Schwindt Domkapitular. Eine Stelle als Lehrerin an den Schulen der Dominikanerinnen von St. Magdalene in Speyer übernahm. Zwischen 1927 und 1933 hatte sie intensiven Kontakt zur Erzabtei Beuron, 15 Aufenthalte sind nachgewiesen. Der Boyerwohner Erzabte Raphael Walzer hielt sie über Jahre von ihrem Plan ab, in den Kamel einzutreten, und bat sie, weiterhin unverstärkt in der Öffentlichkeit zu wirken. Daher wechselte Edith Stein 1932 zum Katholischen Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster, wo sie besonders gern die Kirche Sankt Lutgeri besuchte. In Münster beschäftigte sie sich U. A. mit Thomas von Akin. In dieser Zeit begegnete sie dem Philosophen Peter Wust. Sie hielt Vorträge zur Frauenfrage und zu Problemen der neueren Mädchenbildung. Nach der Machtübergabe im Januar 1933 gipfelten die immer häufigeren Ausschreitungen der Nationalsozialisten gegen die Juden am 1. April 1933 im Aufruf zum Boykott jüdischer Geschäfte und der dadurch erzeugten Pogromstimmung. Mitte April schrieb Edith Stein einen Brief an den damaligen Papst Pius XI. mit der Bitte, öffentlich gegen die Judenverfolgung zu protestieren. Eine direkte Antwort aus dem Vatikan erhielt Edith Stein zwar nicht, aber der Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli schrieb dem Etzabwalzer, dass der Brief pflichtgemäß dem Papst vorgelegt worden sei. Die Hoffnungen Edith Steins auf eine öffentliche Stellungnahme seitens des Vatikans wurden enttäuscht. Nur wenige Tage zuvor hatten die Verhandlungen über das Reichskonkordat begonnen, das von Hitler zwar später laufend gebrochen wurde. Hitlers Vorgehen gegen die Kirche in Deutschland jedoch auch bis zu einem gewissen Grad wirksam einschränken konnte. Auf Druck des Naziregimes gab Edith Stein schließlich Ende April 1933 ihre Stelle in Münster auf, um das Institut vor Schaden zu bewahren. Wie er bei weiterer Anstellung einer gebürtigen Jüdin zu erwarten gewesen wäre. Ein dezidiertes Lehrverbot oder ein Kündigungsschreiben erhielt sie nicht. Am 14. Oktober 1933 zur ersten Vesper des Hochversierernamens Patronin Theresa von Avila trat Edith Stein mit 42 Jahren als Postulantin in den Kamel Maria vom Frieden in Köln ein und nahm zur Einkleidung ein halbes Jahr später den Ordensnamen Theresia Benedikt Eakus an. Zwei Jahre später, 1936, ließ sich auch Ediths ältere Schwester Roserstein taufen. Rosa Stein lebte später als Gast und Tertiarin im Kamel in Köln und betreute die Pfort-Übersiedlung nach Echt und Ermordung um den Kölner Kamel zu schützen. Siedelte Edith Stein mit ihrer Schwester Rosa 1938 in den Kamel im niederländischen Echt über. Als während der deutschen Besatzung der Niederlande die Deportation von Juden begann, baten katholische, protestantische und kalvinistische Vertreter den Reichskommissar Arthur Seys in Quart, diese einzustellen. Insbesondere baten sie darum, die getauften Juden zu verschonen. Daraufhin bot Seys in Quart an, alle vor 1941 getauften Juden zu verschonen, wenn die Kirchen auf einen Protest von der Kanzel verzichteten. Der katholische Erzbischof von Utrecht, Johannes Dillon, veröffentlichte am 26. Juli 1942 einen Hirtenbrief gegen das Vorgehen der Deutschen gegen die Juden. Es war Edith und Roserstein nicht mehr möglich gewesen, aus Echt in den Schweizer Kamel-Lepakir zu fliehen. Anscheinend hatte der Konvent von Lepakir die Gefährdung nicht klar genug erkannt, sodass zu viel Zeit mit der Beschaffung der notwendigen Dokumente und der Unterkünfte verstrich. Es wird aber auch berichtet, dass Edith Stein eine privilegierte Rettung für sich selbst ablehnte. Als Reaktion auf den Hirtenbrief wurden 244 zum Katholizismus konvertierte ehemalige Juden, darunter auch Edith und Roserstein, am 2. August 1942 von der Gestapo verhaftet und in das Durchgangslager Westerbork verbracht. Von dort wurden die beiden Schwestern Stein am 7. August mit der Reichsbahn in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert und dort am 9. August 1942 in der Gaskammer ermordet. Ein letztes Lebenszeichen Edith Steins stammt vom Bahnhof Schifferstadt, wo der Transport am 7. August gegen 13 Uhr kurz hielt. Aus ihrem Testament vom 9. Juni 1939 Auch nach ihrer Konversion fühlte sich Edith Stein als zum jüdischen Volk gehörend. Die Taufe und der Ordenseintritt elf Jahre später rief Spannungen in der Familie hervor, vor allem mit ihrer Mutter, die ihre Konversion zum Katholizismus als Apostasie verstand. Edith Stein sah es als ihre Bestimmung, in ihrem Herzen die Leiden ihres Volkes anzunehmen, um sie Gott als Sünne anzubieten. Ich muss immer wieder an die Königin Esther denken, die gerade darum aus ihrem Volk genommen wurde, um für das Volk vor dem König zu stehen. Ich bin eine sehr arme und ohnmächtige kleine Esther, aber der König, der mich erwählt hat, ist unendlich groß und barmherzig, schrieb sie im Herbst 1938. Wie sehr Edith Stein sich ihrer Herkunft bis zuletzt verbunden fühlen musste, zeigt eine der letzten von ihr überlieferten Äußerungen. Komm, wir gehen für unser Volk, als sie und ihre Schwester aus dem Kamel in Echt von der Gestapo zur Vernichtung abgeholt wurden. Nachleben Verehrung Edith Stein wurde am 1. Mai 1987 von Papst Johannes Paul II. in Köln selig gesprochen. Die Heiligsprechung fand am 11. Oktober 1998 in Rom statt. 1999 wurde Edith Stein zusammen mit der HL Birgitta und der HL Katharina von Siena zur Patronin Europas erklärt. Ihr Gedenktag am 9. August ist in den Regionalkalendern der europäischen Länder daher ein Fest. Der 9. August ist auch ihr Gedenktag im evangelischen Namenkalender der evangelischen Kirche in Deutschland. Die Reliquie des Gormantels der Heiligen befindet sich in der Landrikuskirche zu echt, eine Reliquie vom Gewand der HL. Theresia Benedikt F. vom Kreuz befindet sich im Speirer Dom, eine weitere im Altartisch der Pfarrkirche Telfs Schlichtling. Gedenken Der 1978 errichtete Edith Stein Kamel in Tübingen hatte Edith Stein zum Patrozinium. Diverse Straßen, Schulen, Gebäude, Kliniken und öffentliche Einrichtungen in deutschen und österreichischen Städten sind nach Edith Stein benannt. In der niederländischen Stadt Hengelo führt die Pädagogische Hochschule den Namen Hocheskul Edith Stein. Gedenktafeln wurden an dem Haus in der Dürener Straße in Köln, an dessen Stelle der damalige Kamel gestanden hatte. An einer Innenwand der Katharinenkapelle des Speirer Domes und am Gasthof Kühlpfelsen in Freiburg-Günterstahl, wo sie 1916, 1929 und 1931, 32. einkehrte. Angebracht Im Rahmen der Neukonzeption des Skulpturenprogramms des Kölner Rathausturms in den 1980er Jahren wurde Edith Stein durch eine Figur von Paul Nagel im vierten Obergeschoss auf der Nordseite des Turmes geehrt. In der Edith Stein geweihten Kirche in Wachenheim an der Weinstraße befindet sich eine von Leopold Hafner geschaffene Skulptur. Der Bildhauer Bert Gerrissheim schuf zwei Darstellungen Edith Steins in Brosse. 1999 entstand das Edith Stein-Denkmal für den Platz vor dem Priesterseminar des Erzbesturms Köln. Im März 2009 wurde Edith Stein in Berlin durch die Ernst-Freiberger-Stiftung mit einer Bronzeplastik des Künstlers Bert Gerrissheim geehrt. Die Büste ist Teil der Straße der Erinnerung im Stadtteil Norbiet am Spreebogen. Rechts des südlichen Chorportals am Freiburger Münster schuf Hans-Günter van Lug, ein Schüler Georg Meistermans, ein farbiges Glasfenster, das Edith Stein im Habit der unbeschuten Karmelitenen zeigt. Der Künstler betonte die Spannung zwischen Natur und Vision, indem er das Antlitz der Heiligen futtorealistisch darstellte, während vier abstrakte Segmente eines Nimbus die Heilige wie ein Firmament umstrahlen. Das Porträt in Grisalü-Technik gestaltete van Lug nach Vorlage eines Schwarz-Weiß-Passfotos aus dem Jahr 1938. Ebenfalls in einem Fenster hat der Kölner Künstler Clemens Hillebrandt Edith Stein in der Kirche Maria Heimsuchung in Wartgassen dargestellt. Im Vatikan segnete Papst Benedikt XVI. Am 11. Oktober 2006 eine Statue der Heiligen, die anschließend in einer der Außennischen der Vatikanischen Peters Basilika aufgestellt wurde. Die 5,80 Meter hohe Skulptur aus weißem Kararamamor, die Edith Stein als Patronin Europas darstellt und ein Kreuz und eine Thora-Rolle trägt, schuf der Künstler Paul Nagel. In Landau wurde im November 2008 im Rahmen der Einweihung des Edith Steinplatzes eine Skulptur des Künstlers Peter Brauchle aufgestellt. 2006 beschloss die bayerische Staatsregierung Edith Stein in die Gedenkstätte Valhalla in Donaustauf aufzunehmen. In der Valhalla wurde am 25. Juni 2009 eine von dem Traunsteiner Bildhauer Johann Brunner geschaffene Marmorbüste enthüllt. Im Roman Gruppenbild mit Dame von Heinrich Böll ist die Figur der Nonnerer Held, genannt Harus Pika, deutlich an Edith Stein angelehnt. Schriften Das Einfühlungsproblem in seiner historischen Entwicklung und in phänomenologischer Betrachtung Phil Des Freiburg 1917 Zum Problem der Einfühlung Halle 1917 Neuausgabe in Edith Stein Gesamtausgabe BD 5 Herder Freiburg 2008 ISBN 978-3-451-273-759 Potenz und Akt Studien zu einer Philosophie des Seins Posthum erschienen 1988 Nah in Edith Stein Gesamtausgabe BD 10 Freiburg 2006 ISBN 3-451-27380-2 Endliches und ewiges Sein Posthum erschienen Freiburg Herder 1950 Nah in Edith Stein Gesamtausgabe BD Elf Zwölftel Freiburg 2006 ISBN 3-451-273-810 Kreuzeswissenschaft Studie über Johannes Akkus Luwe Nowelletz 1950 Nah in Edith Stein Gesamtausgabe BD 18 Freiburg Auflage 2004 ISBN 3-451-273-888 Aus dem Leben einer jüdischen Familie und weitere autobiografische Beiträge Neu bearbeitet und eingeleitet von Maria Amaternaya Edith Stein Gesamtausgabe BD Freiburg 2002 ISBN 3-451-273-713 Eine erste Werkhausgabe erschien in 18 Bänden als Edith Steins Werke zwischen 1950 und 1998 im Herder Verlag. Mit Abschluss dieser Ausgabe begann die Arbeit an einer zweiten, heutigen editorischen Standards genügenden Ausgabe. Der Edith Stein Gesamtausgabe in 27 Bänden ebenfalls von Herder verlegt. Sie wurde herausgegeben vom Kamel Maria vom Frieden zu Köln. Unter wissenschaftlicher Mitarbeit von Hanna-Barbara-Gerl-Falkowitz und anderer Fachgelehrter. Der erste Band erschien im Jahre 2000. 2014 war die ESG ja vollendet. Für die ESGA wurden die Bestände im Edith Stein Archiv im Kamel Maria vom Frieden herangezogen. Das Edith Stein Archiv bewahrt ca. 25.000 Handschriften von Edith Stein. Dort befindet sich auch ein kleines Museum. Die Einweihung des Neubaus des Edith Stein Archivs fand am 7. Februar 2010 statt. Filme, Dokumentationen 1982 Edith Stein Stationen eines ungewöhnlichen Lebens Dokumentation von Ulrich von Dobbschütz im Auftrag des SDR 1995 Die Jüdin Edith Stein Spielfilm von Martha Meszaros mit Maya Morgenstern 2003 Die Wahrheit der Edith Stein Dokumentation von Marius Langer im Auftrag des Bayerischen Rundfunks 2011 Edith Stein Dokumentation im Rahmen der Sendung Schlesien Journal 23 IF Vielen Dank.